hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von two point hospital dem speedy recovery dlc wir haben den ersten stern ja im zweiten krankenhaus bekommen somit haben auch das dritte krankenhaus jetzt freigeschaltet und natürlich auch mal wieder einen brief bekommen geschätzter krankenhausleiter hey partner wir haben es in die spitzenliga geschafft und spielen jetzt ums eingemachte diese gegend ist die notfall hauptstadt des counties den markt für notfalltransport haben jumbo megacorp und holistik sehr gut so gut wie unter dach und fach vor allem seit sie ihren eigenen spezielle fertigen rettungsfahrzeuge einsetzen wie sind sie bloß auf die idee gekommen ich will dass wir es diesen drittbrett fahren so richtig zeigen und die konkurrenz gnadenlos vernichten keine gnade und mache keine gefangenen außer es handelt sich im patienten wie solltest du dann aber auch heilen also los mach uns zur nummer ein ach ja und im einschal mit weil es geht nämlich in die kalte gegend aber erst mal machen wir hier fertig wir brauchen wir brauchen noch ein bisschen wir brauchen geld eigentlich müsste ja geld reinkommen ihr bloß nicht warum nicht was war das installiere maschinen war ich nicht dabei maschinen zu machen sehr gut ach nicht doch weiterbildung glaubt ich wollte ich glaube ich weiß irgendwas ist das weiterbild das personal wird gebeten erst patienten und anschließend sich selbst zu sichern habe ich nur eins und räumchen mit ist so und jetzt habe ich alle hier ich hab nur ein team wollte ich noch und mach hin bei 32 33 wo arbeit ist noch dran Ich hab jetzt keine Zeit für mich. Ich brauch nur einen Genetiker. So, der wird jetzt ab. Ich hab noch Zeit. Wie lang denn meine Patienten? 33. Kommt, holt mal euch die Leute. Gebrochen Leute! Pflege, pflege, pflege. Das ist sehr gut. Pflege, pflege, pflege. Zwei Fliegen. Ich hab drei Flieger. Okay. Nur eine weiterbildung. Mein Ruf ist jetzt auch nicht der beste. Können wir mal versuchen. Weil die hier mal durch sind irgendwann mal, können wir ja hier auch ein bisschen versuchen um das Geld zu generieren. Kann doch nicht euer Ernst sein. Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus. Ja, ich bitte darum. Nicht krank werden, gesund aussehen. Okay, noch kategorisch zwei Schatter. Okay, ich sag jetzt mal mal im Psychiater. Ich soll noch bitte nur in der Psychiatrie arbeiten. Was war das? Habt ihr dieses Geräusch gehört? Okay, ich geh's mir mal ansehen. Falls ich jemals wieder zurückkomme, bringe ich euch ein paar Tipps für die Paranoiden unter euch mit. Da fehlt nicht mehr viel. Du möchtest, du. Komm schon, komm schon, komm schon. Ey, ich brauch Knete. Geld. Was lang jetzt eigentlich nochmal der Kredit? Ah, ich kann den Kredit wieder aufnehmen. Bitte. Die Frage ist, mach ich hier vielleicht hier rum und da das DNS-Labor rein? Krankenpfleger zur Kryptologie, bitte. Eigentlich gar keine, glaub ich, so schlecht. Und da geht's nicht ganz, aber wow, was du das, was du? Ja, ich hab dich jetzt auf! Das ist ja noch nicht mehr so. Du hast, was du nin zum Beispiel gar nicht an den Kredit? Was irgendwann mal an die Kreditungen? Ich kann den Kreditungen aber auch nicht mal an die Kreditungen, Du wirst als Erklingbe. Du wirst, dann bist du da, ich nicht mehr so viel. Du wirst dann nehme ich noch mal nehme ich einmal den kompletten großen kredit auf macht zwei dns labore verbessert ihr dann aber auch gleich das heißt sie müssen halt wirklich noch mal ein bisschen minimal warten das hat mir heute mal gucken wie ich läuft noch nicht und das jetzt kann ich das forschung mal anlage was zu trinken für die boys verbesserung der diagose verbesserung nicht engine gute engine muss ja auch sein die 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 schließt mir Was macht man da rein? Die Box Weg Ich nehme ich mit Ich nehme ich mit Assistenten brauche ich nicht Krankenpfleger brauche ich jetzt auch nicht Ich hätte ganz gerne noch so einen oder zwei mit Also noch einen mit Diagnose aufgeben Sind die beide nicht da? Das ist unfassbar Das gute ist sobald die Wingsen das erste mal haben Dann können wir schon mal das zweite mal abwählen und das dritte mal Dann können wir zur Not nämlich noch hier Äh noch eine allgemeinmedizin reinsetzen Ja gut das haben wir geschafft der will weiter Dann kannst du aber später Eine Hausmaß hat gleich noch mal ein bisschen vor Ihr werdet mir erst mal ein bisschen Geld generieren Geld generieren Oh gut das könnte ich auch noch machen aber erst mal Ich brauche Geld Leute Hier kommt die nämlich nicht aus der Püt Es ist wieder Zeit für Tipps und Tricks für Alugenträger Ich habe heute folgende Botschaft an euch Wenn ihr glaubt die Regierung sei schlecht Dann seht euch nur mal an Was die Unternehmen anstellen Privatsphäre ist ein Ding der Vergangenheit Ich bin jetzt noch einmal so viel Und uns in Modellkonsumenten zu verwandeln Was ich damit sagen will Ich kaufte niemals ein Jumbo Produkt Ganz egal wie cool es ist Weiterbildung abgeschlossen Ich brauche aber noch eine Mechaniker gut Ich habe jetzt 13 heißen Ich zählt nicht 1,2,3,4,5 Wo sind zu viele die in Standhalten machen? 1,2,6 Kragenpfleger zur Frakturstation, bitte. Schocktherapie, kann ich mir gerade noch so leisten. Schocktherapie braucht aber auch einen Arzt. Ein wunderbares Entchen. Auch halt mal bessere Ärzte tatsächlich. Ganz gerne noch einen Psychiater und einen, der... Ne, das kann ich mir leider nicht mehr lassen, ich hätte mir jetzt noch so einen zweiten Dings geholt. Kann doch nicht wahr sein. Ja, auch mit dem Mist. Mal weiter. Für die Schocktherapie wird ein Arzt benötigt. Ja, ich bin noch dabei, einen einzustellen. Aber ich kriege derzeit irgendwie nur Forscher, warum auch immer. Achtung, ein Erdbeben steht bevor. Kann ich jetzt auch verbessern? Ach toll. Ich bin die ganzen Sachen kranken. Du nicht. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Halixiers gebeten. Ist das mal fertig? Ich müsste weichen. Es klingt einem besseren Psychiaterpark. 22 Tage. Wow. Wo gehen die denn nicht auch zurück? Habe ich nicht gesagt, da soll ein Hausmeister hin? Im Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen, falls er sie interessiert. Du brennst schon wieder, da brennst. Super, die haben wirklich auch Leonardo. Komm, das eröffnen wir jetzt mal. Ein Arzt wird im DNS-Labor benötigt. Das schließen wir. Das haben wir jetzt alles. Komm schon, gib mir was Gutes. Gut, Leute. Ein Krankenhausgerät ist explodiert. Ja. Ja. 45 Tonnen. Sehr gut. Kann ich das Ganze nochmal machen? Das machen wir jetzt schön die Autos. Ey, das ist doch euer Ernst. Wieso immer? Forscher. Der Rival nähert sich dem Krankenhaus. Freut mich für den Rivalen. Ich muss nicht glauben, dass er besser ist, oder? ja gut wird mich dass es geklappt ein ruf schwindet dahin kredit wird auf jeden fall erstattet wieder da hast du das wenn das mit dem auf jeden fall wird sind wir schon mal wieder im plus ich muss mich noch einmal beim jumbo großkonzern für den angenehmen kundenservice bedanken nachdem eine jumbo espresso maschine diesen monat zum fünften mal ausgefallen ist wurde sie jetzt anstandslos durch eine neue ersetzt es lohnt sich wirklich sein halbes gehalt in eine erweiterte garantie zu investieren ich bin ganz sicher dass sie mir dazu stehen werden meine lieben hörerinnen und hörer dann hab dann eben chirurg wäre auch nicht schlecht gewesen aber immer damit verbesser die mal hier jetzt den und dann werden wir immer mal eins von denen unter den sehr schön mein ruf steigt langsam das ist ja gut langsam aber sicher wird's krankenhaus attraktivität braucht keiner er hat sich das auch langsam berühmt dass das rückwärts der attacke ja ich müsste auch mal ein bedingungslosen 08 15 haupt meister der nichts kann ein arzt wird in der forschungsabteilung verlangt wenn auch auf und jetzt öffnen wir sind nämlich jetzt beide bei drei das fast durch ich wollte ich ich schenk dir auch sofort nur weiter ein hausmeister wird zur reparatur des spritzmeisters gerufen ja endlich ich hab noch so ein gut Okay, meine Patienten liegen jetzt gerade ein bisschen auf Eis, aber okay. Das kann doch nicht euer Ernst sein, hört auf zu sterben, Mensch. Was sagt mein Kredit? Kredit erstatten könnte ich. Nee, ich zahl das lieber doch mal so ein bisschen ab, bevor jetzt noch schon wieder irgendwas kommt und sagt, ey, komm. Außerdem könnte ich ja noch das abwärts machen. Kann ich das abwärts machen? Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. 25 Stunden am Tag. Das ist Radio Two Point. Das ist der April, wie viel mache ich? Aber jetzt kommt endlich Geld. Jetzt kommt. Und jetzt nach Arbeit. Du bist Fahrer. Ah, die ich nehme mich mit. Ich nehme noch das hier. Achtung, ein Erdbeben steht mir vor. Jetzt nicht. Zeit reisen. Vielleicht klingt es ja durch die Patienten zu verbessern. Das Mädchen hat, äh, eine Idee für ein neues Luftberettungsfahrzeug, dass sie die Mittel von ausreichendem Werbeballons bauen möchte. Ich nehme das mit dem Federballer. Ich nehme das mit dem Entchen. Ich will wissen, wie das geht. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ja, ich spiele da drum. Ich fand jetzt mein Krankenhaus nicht so cool. 41 Tage, ey. Übertreibt mal. Gutes, wenn der erstmal durch ist. Wenn hier noch. Der macht richtig gut jetzt einen. Was sagen meine Patienten? Nur ein 30er. Viele gehen jetzt hin. Noch mal zwischenspeichern. Weil unser Ruf steigt ja jetzt. Das heißt, der zweite steht. Ey. Du bist noch nicht fertig. Sehr gut. Der hat sich jetzt verbessert. Jetzt hilft dir doch mal. Brauchst du noch ein bisschen? Oh, hier haben sich aber viele schon wieder hier vorgesetzt. Das ist aber nicht gut. Das läuft. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Bei Personal, bei Ärzten muss ich nochmal gucken. Jetzt vibet sich, ich würde gerne noch einen dritten haben. Eigentlich noch einen dritten. Außer Dingsboot. Außer Dingsboot. Ne, du machst das. Bei Rauf. Kann Gretchen nämlich hier weitermachen. Ich kann mich ein bisschen schneller vonstatten. Da. Ist denn hier keiner drin? Sieh. Du bist. Und nun zurück zu Sir Nigels maßgebliches Musterbuch für meisterhafte Manieren. Heute beschäftigen wir uns mit einer Situation, die praktisch jeden Moment auftauchen kann. Ein Gespräch mit einem Vertreter der königlichen Familie. Sie müssen unverständlich mormen, Blickkontakt um jeden Preis vermeiden und den Kopf senken, bis er fast ihre Schuhe berührt. Diese Etikette gilt in geringerem Maße auch bei Baronen, Herzoginnen und anderen Mitgliedern des Adels. Wie gehen die denn alle dahin? Das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist schon wieder König. Ich kann jetzt ein Psychiater und ein DNS-Fuzzi noch verbessern. Allgemeine. Er will bleiben. Man hat hier. Aufkämpfen. Wir vermissen einen Arzt. Weißer Kittel, durchschnittlich groß, hört auf Arzt. Ja, ich will die hier mal ein bisschen wieder abarbeiten. Nein, mein Ruf fällt. Jetzt hat schon wieder hier wingen. Und Blödsinn. Warten auch alle so auch ein bisschen auf die Diagnose. Verstehe nicht, warum sie nicht da reingehen oder da hingehen. Hier war es schon früh. Jetzt steht hier keiner drin, oder wie? Das macht gar keinen Sinn, was das Wiederspiel das hier gerade macht. Jetzt steht hier ja gar nicht durch. Nicht genug. Instandhaltung des DNS-Labors erforderlich. Das ist eine heikle Frage in unserer heutigen Grammatiklektion. Wann verwendet man gratis und wann umsonst? Gestatten Sie mir dies anhand eines Beispiels zu erläutern. Ihre Ausbildung mag nicht gratis gewesen sein. Sie war aber sicherlich umsonst. Ich hoffe, das klärt die Sache auf. Jetzt ist hier nicht mehr in die Pause. Ja, wenigstens läuft das jetzt mit dem Geld ein bisschen auf. Ich meine, wir sind schuldenfrei, was schon mal sehr gut ist. Na schön, ich sehe schon, die Zeit drängt. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Pfad gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Ich meine, wir sind schon sehr weit gekommen. Jetzt fehlt das nur noch mit dem Ruf. Und ähm... Ja. 40.000. Ähm... Ich hoffe, euch hat der Pfad gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und Bye Bye.